Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch-Lausitz. Heute stellen wir Ihnen Brian vor. Brian lebt zurzeit im Tierschutzsiegerdorf Großdöbern, sucht aber dringend ein neues Zuhause. Keine Mietwohnung, das habe ich schon mitbekommen. Hallo Annett, erzähle uns doch etwas über Brian. Brian ist ein circa zweijähriger Langhaardackelmischling, der leider bei uns abgegeben werden musste, weil er in der Mietwohnung, wo er mit seinem Herrchen zusammen lebte, einfach zu laut war. Es gab da Beschwerden eben mit den Anwohnern und ja, dann musste der Brian ins Tierheim. Brian ist, wir nennen ihn ganz gerne immer mal kleiner Terrorzwerg. Er muss immer alles kommentieren, was so los ist. Also wenn er Gassi geht, man hört das ganz genau, dass der Brian heute Gassi geht. Aber ich sage mal, wie man ja jetzt auch sieht, er ist auch still und lieb und kuschelig. Es ist eigentlich ein ganz, ganz lieber kleiner Kerl, der aber halt leider bisher keine Erziehung genossen hat. Also seine vorhergehende Familie hat das halt völlig missen lassen, diesen Hund in seine Schranken zu weisen und ihm einfach zu sagen, was er darf und was er nicht darf. Und wir suchen eben jetzt eine Familie, die ihn erzieht, ihm ganz klar halt eben jetzt den Weg weist, vielleicht auch mit dem Brian eine Hundeschule besucht. Dass er einfach auch ein bisschen, sage ich mal, umgänglicher wird und auch für die Stadt wieder geeignet. Momentan wünschen wir uns für ihn eher eine Familie mit Haus und Grundstück, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn er da aufpasst, wenn er halt am Zaun mal lang rennt und da mal kläfft. Und einfach auch Leute, die sich bei ihm durchsetzen können. Also ist zwar ein kleiner niedlicher Hund, aber der weiß, was er will. Also er ist lieb zu seinen Menschen und ist total kuschelig und man sieht das ja auch, der will ja auch gekrabbelt werden. Aber der hat halt auch wirklich Pfeffer im Hintern und will flitzen und seinen kleinen Dackeldickschädel durchsetzen. Wie alt ist er? Der ist jetzt gerade mal zwei Jahre alt. Also ist er noch ganz jung. Genau, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Und ich denke, wenn der jetzt in die richtigen Hände kommt, also Familie, die einfach was mit ihm unternimmt, Hundeschule macht, ihm Kommandos beibringt und vielleicht auch noch ein paar Tricks, weil er ist nämlich nicht dumm. Ich denke, dann wird das ein ganz, ganz prima Kumpel werden. Aber er muss jetzt halt einfach in die richtigen Warn gelenkt werden. Im Tierheim ist er da jetzt wirklich ein bisschen fehl am Platz. Wir haben zwar schon viel jetzt bei ihm, sag ich mal, hinbekommen, dass wenn er mit den richtigen Leuten spazieren geht, dass er halt dann nicht mehr andere Hunde anbellt und andere Leute anbellt. Aber man muss das eben jetzt einfach weiter trainieren. Und ich glaube, er braucht auch viel Bewegung, oder? Ja, er ist schon sehr, sehr temperamentvoll. Deswegen, also wenn da eine Familie ist mit Haus und Grundstück, wo der dann auch im Garten rumpfpesen kann und sich richtig austoben kann, ich denke, das wird dem auch richtig gut tun. Das braucht er einfach. Es ist nur mal, ist ein kleiner Hund, aber es ist ein temperamentvoller Hund. Okay, dann bedanke ich mich ganz doll. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn Sie einen temperamentvollen jungen Hund möchten, der ganz viel Bewegung braucht und ganz, ganz viel Zuneigung, dann kommen Sie her. Gehen Sie mit Breiden spazieren, lernen Sie ihn kennen. Das Grundstück ist hier groß genug. Sie können gerne herkommen und dann nehmen Sie ihn mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann. Bis zum nächsten Mal.